Wir Menschen sind so gemerkt, dass unsere Gefeilen in uns scharper ganz taub schaffen. Wenn unsere Kinder hungrig, schleibrig, schwach oder moid sind, dann ist es schwander moitig, in ihr Hörsam zu sein. Dann fehlt ihnen dort an Meier aus bloß eine Beliehe. Als wir drei Kinder hatten ungefähr ein Jahr, dann feilt sich Minachmol so, dass ich nicht mehr mehr an kann. Ich habe geplant auf 30 Uhr an zu fangen, damit ich das Mittag um 12 Uhr wiederholt habe. Über 15 Uhr fangen die Kinder an zu schlemmen, wenn sie Hunger hat. Ich kann nicht mehr mehr geben, wenn ich das noch nicht räum hat. Und ich kann nicht mehr mehr merken, wenn die Kinder werden zu schlemmen. Ich denke nochmals so, wenn ich ein Slowcooker hat, das ist eine Lente. Ihr hört, dann hört ich dort mal auch all die Dich zu morgens oder auch zu oberen, für einen Schlupen gehen kann, reiten mehr an. Dann wird ich für uns an könnt, ihren Eten geben, wann er Hunger hat, oder ich würd han könnt, die Tietbrocken zu machen, mit ihren Spälen. Ich hört aber nicht ein Slowcooker. So, ich brauche dort Eten all die Dich zu plühen und auch so weit aus Meierlich für euch reiten mehr an. Wann ein Kind krank ist, oder leer ich es an irgendeine gewisse Sort Vitamins, dann benimmt er sich anders aus Geweinlich. Das Baby ist schlimm, wann er Fieber hat, oder Fieber geholt hat. Dann wird das Kind erler, und dann kommt das schwache Fehlmüll auf ein anderer Weg rührt. Das kann sich wiesen, dass das Kind euerlich, senkisch, bedreckt, schleibrig, oder fühlt es. Susie Fast, mein Freund, hat eine sehr gute Gauw, und dort sei weit, wort ein Mensch im Körper fehlt. Wann beantwortet fehlt, dann freu ich das erste R, und er ruht halt. Er interessiert dort so sehr, dass wenn ich mit Wort abkomme, wort sie nicht kann, dann studiert sie sich dort nur, wort sie weit, wort sie mich geben soll dafür. Ich habe euch gefragt, mich zu helfen, und hoffe, wie die hier wiesen, wohnt der wichtigste Vitamin-Send für Kinder, und wo die Schöpfen. Lass mich die über ihr eine Warnung geben. Tau viel älteren, ha immer Utrecht, wann er Kind zu belehren fehlt. Er ist so doll, wenn er mit Tän schafft. Er begreift ihn nicht, wenn er krank ist. Uns Kind ist so wunderlich, wenn die Medizin, wort er braucht. Wann dort auch alle Kind war, hat sein, wir können dort nicht als Utrecht brauchen, dass wir die Kinder doch looten damit. Wie große Menschen möchten uns beharschen, Gauw dit immer deelte bringen, wann wir uns auch nicht gut feilen, und ihr seht, dass so ein Kind wird dort auch bei Kleinen leert. Beim Kind lernen, möchten wir aber andenken, wie das Kind dort geht, und so damit angehen, dass uns Kind weiß, wie wir feilen mögen, damit wir ihn nicht verbessern. Susie und Eck holen ans Bett Seier und die Naturale Vitamins. Dort, wo wir ihn dann kriege, wie die achte Vitamins, wort Gott am Krüten anwursen lädt. Die Vitamins, wort wir ütem Pharmacy oder Pharmaciascheipen, die haben sehr viel Macht, wort ein Mensch kommt am Schulden sein. Die Vitamins, wort mir immer sehr wichtig sind, Verschuldung, sind Calcium, das Calcio. Vitamins A und 3 und Vitamins B. Ich probiere immer einen Monat, bevor die Schäuze anfängt, anzufangen. Wenn sie dann zwei Wege Calcium brücken, zwei Wege Vitamins B, und zwei Wege Vitamins A und 3, dann hat die Schäuze über dem all angefangen. Dann würde ich ein Vielmehr hänger an noch ein Multivitamin gegegeben haben. Damit hielt ich ein länger nach. Kälsium Kälsium merkt knärkes in Tehnstorch und halbchener Säure mit dem Lieren in Wosen. Kälsium kämpft jeweinlich mit Magnesium. Magnesio, Taub. Wenn dort nicht ist, dann soll einer dort abküipen und dort Taubbrücken, wenn Kälsium allein kann schulden tun an den Nieren. Meine Mama vertelt mich noch mal, wo Schlamm-Achse gewaast beim Tehnkriegen, und wo die Tehn bloß nicht haben durchkönnt. Mein bohaste Tehnfleisch ist sehr dick angeswollen gewaast, vor zwei Wege. So ist dann nur rutschig vor, nur der Doktor früh ab der Kalonie. Die Frau hat auch gesagt, »Nu kämpfst du nur mich, wann dein Kind erst ein Jahr ist. Fünf Monate, als dein Kind geboren wird, hat's dir sollt kommen. Dann hat ich dich konthalten damit.« Die Frau hat dann ein Wort für Entsinnung gegebt. Als das Schwalz ist weg, hörten meine Eltern jedes Mal, wenn ich fremdlich kiegt, feier, schmacken, neue Tehntjes können sein. Meine Mama hat über ganz klar gehebt, was die Frau zu ihr gesagt hat. Wiederhands, wenn sie wie ein feier Monat auf dem Weg gewaast mit ein neues Baby, dann hat sie angefangen Kälsium zu bringen, und ihre Babys hat nicht mehr Trübel gehört mit Tehnkriegen. Die letzte zwei Monate soll einer nicht so viel Kälsium brücken, um dort der Mama ihre Knirke ständig rein zu geben, um sich wie die Geburt zu geben. Wenn du eine kleine Kinder schwarze Tehn hast, dann hast du zwei Fände Kälsium zu geben. Du sollst dir dann einreichend Kälsium geben für ungefähr drei Monate, und dann drei Monate nicht. Und dann war er einreichend für drei Monate, und dann war er drei Monate nicht. Wenn du dort ärmer warst, dann kann die zweite Sorte Tehn fein stark rückkommen. Wenn die Kinder die Beine oder die Jelenke weiden, dann fehlt er dort an Kälsium. Aber ihr Bein wird viel mehr zu halten mit Kälsium. Wenn wir in unseren Moltiden viel Kälsium machen können, dann fehlt das lange nicht so leicht an Kälsium perl. Das ist auch mit den anderen Vitamins. Das ist sehr fein für uns, wenn wir viel von dieser Sorte äten von Vitamins ansehen können. Das äten wird viel Kälsium haben, als das. Rewe cow oder Cousin mark. Sesam Seeds, das Sesamo. Chia-Soot. Dunkelgrainet-Grainse wird als Broccoli, Spinach, das Espinacas, Dell, Pedazelle, in Oregano. Quinoa. Opelsin. Schworter Molasses, das Melassa. Schöbeln, besonders Witteschöbeln. Gedrehte Frucht, in Nähten. Vitamin A in Dye. Vitamin A in Dye ist taub an Feschkorpslen. Diese Vitamins merken das Verstand gesünder und stärker und halbem Tänger mit Lieren. Da geben ein Mensch mehr jeden Stund, der in irgendeine Krankheiten, und stärken die Hör, die Augen, die Hüte und die Teigen und Fingernägel. Das Äten wird ans Vitamin A geeft, als das. Leber. Malk, und was von Malk gemerkt ist. Das Grünblätter wird größer als Spinach und Broccoli. Jäle in Routjälefrucht, in Geränser wird aus Djalmeern, Säte Echaang und Charps. Vitamin Dye finden wir in Salmonfesh, in Sardines. Malk, Leber, Eierjelit, Rindsvleisch, in Cereal. Die Zahn schien geeft ans auch Vitamin Dye. Bi-Vitamins. Die Bi haben verschiedene Zarten Vitamins, bei 1, bei 12. Die Ola taubstur in alle Narven am Charpa, wenn ein Kind nur feist ist, sich nicht kontrollen kann, nicht viel Energie hat, viel Ruhe hat, oder sich in Baden nicht merkt, kann alle wissen, dass der Kind dort an Vitamin beifehlt. Die Bi-Vitamins sind versträht man viel verschiedene Eten. Die Bi-Vitamins sind größte Brücke als Bananas, Schöbeln und schwörter Molasses. Molasses hat unsere 18-jährige Dachter, dass sie keine Energie hat, um zu helfen. Sie hat einen großen Eetlepel von Mankerwutern, was sie durch den Dach getrunken hat. Sie hat den Dach getrunken, wenn sie den Läpel Molasses an einen Koffel getrunken hat. Dann getrunken sie das aus, dass sie wieder mit Chlorid getrunken können. Dort geht nicht lang, wenn ich dort sagt, dass sie mehr Energie hat. Wie die Menzei in der Meier Wie die Menzei brücke wie Jägen verkildet und für Meier jägen stund Jägen irgenkrankheit. Diese brücke wie zum Blutsturken, besonders wenn einer sich gleich schwach und beschwimmig fällt. Wenn wer schlachtet jeden Gehätenhaft oder unterstärkvollhaft, dann ein hoher Teilepel Charcoal, das Carbone, mag dort Wutter rühren und dort durch den Dach getrunken. Ich würde noch viel mehr abschreiben können, aber du kannst auch selbst fragen, wie du die die Medizin kaufst. Wann die Mama Vitamins braucht, ehe ihr Baby geboren wird? Dort hilft viel mehr, als wann das Baby eher schwach geboren wird und wir dort dann brauchen, stark zu kriegen. Die Mama kann dort viel mehr anwählen, dass ihr Baby dort an Vitamins fehlt, durch dort ehe selbst Vitamins fehlen. Wann er eine Schärfe nicht nachhafte, dann kann er Baby auch nicht von ehe nehmen. Du kannst nicht was geben, was du selbst nicht hast. Wann die Mama ihre Tähne durch die Täti, wo sich schlecht wohnen, dort weiß ich nicht nach Kälsien, dann kann das Baby auch nicht nachkriegen von ehe. Dann ist dort wichtig, dass die Mama so eine Eten hat, wie viel Kälsien mank ist und wann Mählich auch Kälsien-Medizin dort braucht. Wenn die Mama die Hör und die Täti ausgehen, dort weiß, dass sie nicht nur Vitamin A in dir hat. Dann soll es nur sein, dass sie mehr von den Vitamins in der Schärfe nahe kriegt, dem dass das Baby ein gesundes, starkes Verstand haben, gesundes Hör und Hüte haben, in jenen Stund haben, in jenen Krankheiten. Dort ist wichtig, dass Mama es gesund äten und Vitamins brücken für das Baby. Vitamins sind sehr viel wert. Wir können Gott denken, dass sie so voll Vitamins gestoppt haben. Und dass sie den Körper so geboten haben, dass wir so einen Kern und was von den Vitamins uns dort fehlt. Wenn unsere Körper stark sind, dann wird das Leben viel scheiner.